3,9 Millionen Euro. Eine neue Unterkunft wird in der Nähe von Stuttgart, in Herchingen, gerade fertiggestellt für 40 Fachkräfte. Wir sehen solche Entwicklungen der prunkvollsten Neubauten in der letzten Zeit häufiger. Die Bürger in Deutschland müssen gucken, wo sie bleiben, können die Mieten teilweise nicht mehr bezahlen, müssen in kleinere Örtlichkeiten und Wohnungen umziehen und haben auch keine finanziellen Mittel, um sich ein Eigenheim zu leisten. Wir gucken uns diesmal ganz genau an. Moin zusammen, ich bin Olli für Christian Content, jetzt ein Abo da lassen. Und es ist schon wirklich sehr, sehr interessant, wie aktuell vorgegangen wird. Und wisst ihr, das ist keine Hetze oder ähnliches, was mir jetzt bestimmt unterstellt wird, aber ich finde dies, wenn man das mal miteinander vergleicht, wie mit verschiedenen, ich sag mal, Bereichen in Deutschland umgegangen wird, absolut nicht tragbar. Denn wir sehen jetzt hier direkt dieses Beispiel. Hier Zollernalpkurier, schwäbische.de. Blick ins Innere, neue Hechinger Unterkunft bietet Platz für über 40 Menschen. Und da sieht man hier dieses Gebäude, das sieht wirklich schick aus, moderne Kunst, so ein Kubus, so ein Flachbau, gefällt nicht jedem, aber alles neu. Und wo befinden wir uns eigentlich? Gucken wir erstmal, wo sind wir hinten hier? Hechingen, da sehen wir hier, ist die drittgrößte Stadt im Zollernalpkreis und hat hier gerade mal beschauliche 19.400 Einwohner, also eine relativ kleinere Gemeinde. Hechingen, wo liegt das Ganze auf der Karte? Wir sehen hier Hechingen, ein bisschen südlich von Stuttgart, hier unten Villingen, Schwenningen, wo der Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle wohnt, grüße ihren raus, beziehungsweise seine Firma hat. So, und dann sehen wir nämlich jetzt hier nochmal diese Einrichtung und sehen nämlich jetzt hier auch direkt diesen Kostenpunkt, ganz fett geschrieben, von 3,9 Millionen Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für einen Betrag darstellt. Die Unterkunft für Bedürftige in der Hechinger Ermelesstraße ist fertig. Die Stadt möchte hier zunächst Geflüchtete unterbringen, denn es kommt immer wieder zu Engpässen. Wie Dorothee Mülges, erste Beigeordnete der Stadt Hechingen, bei einem Rundgang mit dem Bauausschuss sagt, heißt es hier. Die neue Unterkunft, die an zwei bereits bestehende Häuser mit je 24 Plätzen grenzt, was die gekostet haben, konnte ich jetzt so nicht finden, solle daher für Entlastung sorgen. Insgesamt können nun fast 100 Menschen dort Zuflucht finden, heißt es hier. Und man brüstet sich auch nur mit diesen 3,9 Millionen, denn, hier wird es nochmal ganz interessant, hier unten, begonnen hat alles im Mai 2022, wie Werner erklärt. Damals existierte das Gebäude nur auf einer Skizze. Im Juli 2022 folgte der Bauabschluss mit einer Kostenschätzung von zunächst 3,7 Millionen Euro. Später wurde der Betrag auf 3,9 Millionen aufgestockt, also knapp 200.000. Jetzt kommt es bei dem Betrag, Zitat, die können wir auf jeden Fall einhalten und vielleicht sogar unterschreiten. Wisst ihr Leute, man plant mit 3,7 Millionen, muss mehr bezahlen, möchte sie vielleicht unterschreiten und will sich dafür auch noch feiern lassen. Das kannst du dir doch alles nicht mehr ausdenken. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn, wie ich persönlich finde. Es steht alles einfach in gar keinem Verhältnis, in keiner Relation mehr, was hier passiert. Wir haben jeden vierten Rentner in Deutschland, der unter 1.000 Euro netto Rente monatlich zur Verfügung hat. Das darf doch nicht wahr sein, wie man hier mit den Rentnern in Deutschland umgeht. Oder auch hier interessant, durch das BSW von Wagenknecht ist ja eine Anfrage beantwortet worden von der Bundesregierung. Mehr als 700.000 Rentner sind in Deutschland zusätzlich auf Sozialhilfe angewiesen. So viele wie nie zuvor. Wisst ihr Leute? Und dann fragt man sich, warum eine gewisse Akzeptanz eben in der Bevölkerung nicht mehr vorhanden ist. Das sind Beispiele dafür. Ja, das sind absolut gute Beispiele, die man dafür nehmen kann. Aber das Ganze passiert ja auch deutschlandweit. Wir sehen es jetzt hier zum Beispiel in Berlin, wie die Bild betitelt hat, 61 Apartments gebaut. Schöner Wohnen für Flüchtlinge in Berlin heißt es hier. Und hier dieser gesamte riesengroße Komplex oder wie man das nennen mag, Mitspielplatz, Parkbänken, allem drum dran, feinste Neubauten. Sieben Wohnhäuser mit 61 Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen für Fachkräfte in der Kirchstraße Pankow mit weiteren 400 Plätzen sollen noch dieses Jahr in der Kavalierstraße begonnen werden, wie es hier heißt. Ja, und guckt euch da mal an. Also schönste, neueste Kücheneinrichtung, alles drum und dran, was das Herz begehrt, bekommt man hier. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Ist schon sehr, sehr interessant. Tag der offenen Tür, einer hier, ich bin neugierig, ein anderer, ich bin skeptisch, eine Kleingärtnerin von nebenan kündigt an, man wolle die neuen Nachbarn zum Sommerfest einladen. Noch im August sollen am Ascaniering Spandau weitere 568 Plätze in Flüchtlingswohnungen an den Start gehen. Damit ihr es nicht verpasst, jetzt den Kanal abonnieren natürlich. Aber wir gucken uns natürlich auch noch den schönen Neubau hier drüben an. Wir sehen hier einmal dieses Bild mit einer wirklich, ich sag mal, nicht modernen Holzdecke. Sehen wir diesen Bereich hier mit der Küche. Ist noch nicht fertig, setze ich mal. Hier unten kommt bestimmt noch eine Blende davor. Hier fehlen ja auch noch die Türen, genauso wie auch hier oben. Und dann sehen wir hier eine Dusche dieser Art und die ist hochgebaut. Also eigentlich sieht es ja nach einem Gebäude mit Fußbodenheizung aus, aber hier, da sieht es ja so aus, als ob hier keine Fußbodenheizung verbaut ist. So ist das ja zumindest meistens früher gemacht worden, kenne ich so zumindest, dass dann hier nicht eine ebenerdige Dusche gemacht wurde. Ist halt schon ganz interessant, wenn man sich das einfach mal überlegt. Diese Unterkunft hier, auf Heichingen nochmal zurückzukommen, war eigentlich nicht so geplant oder gedacht. Laut Frau Müllgas wolle man die Unterkunft behutsam belegen. Zitat, wir möchten schauen, welche Personen sind geeignet, welche haben sich bereits in anderen Unterkünften bewährt. Man wolle eine verträgliche Belegung. Die nächsten Zuweisungen würden im August erfolgen. Momentan sei die Unterkunft noch ausschließlich für Geflüchtete gehabt. Allerdings heißt das nicht, dass das für immer so bleiben muss. Es ist eine bedürftige Unterkunft. An diesen Zweck sind wir für zehn Jahre gebunden. Das heißt, zehn Jahre wird das jetzt erstmal runtergerockt, würden böse Zungen sagen. Und danach wird das Ganze dann für die deutschen Bürger auch freigesetzt. Ist schon interessant. Aber gut, vielleicht wird es auch gar nicht runtergerockt, weil, wenn man sich beispielsweise mal diesen Artikel hier anguckt, da, sorry, der hier, da hatte jemand bei X gepostet, warum haben Flüchtlinge ihre Unterkunft nicht selber sauber halten? Ist das schon zu viel verlangt? Und wer bezahlt das? Und das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Es ist ja tatsächlich so, dass immer wieder Stellenanzeigen ausgeschrieben werden. Hier, Hingabe und Hygiene. Arbeiten mit Hingabe und Hygiene. Für unsere Unterkunft, für Geflohene in Aurich suchen wir ab sofort eine Reinigungs- und Hauswirtschaftskraft. Unbefristete Teilzeit 20 Stunden pro Woche. Eher wetter Job, gar keine Frage. Aber nochmal, warum in diesen Einrichtungen? Also wisst ihr, einige dieser Leute, und das sind bestimmt nicht alle, gehen ja nicht arbeiten. Das heißt, die haben doch eigentlich unterm Strich auch die Zeit, selber eine Reinigung zu vollziehen. Und ich, ich muss ja auch mit meiner Lebensgefährtin gemeinsam diese vier Wände sauber halten. Hier habe ich ja jetzt auch nicht, weil ich jetzt sage, ich arbeite jetzt relativ viel, habe nicht die Zeit zum Putzen, bekomme ich ja jetzt auch nicht irgendwie jemanden da zur Verfügung gestellt, oder? Und das ist ja keine Seltenheit. Wir sehen jetzt hier bei Malteser beispielsweise, Reinigungsmitarbeiter in einer Unterkunft für Geflüchtete in Nostorf wird hier gerade gesucht. Also gar kein Problem. Hier, die Reinigung der vorgegebenen Bereiche der Einrichtungen entsprechend dem Hygieneplan und Hygienevorschriften des Gesundheitsamtes. Also das ist schon spannend. Gibt es eine tolle Stellenausschreibung. Oder aber auch hier noch eine andere Ausschreibung, die bei der Bundesagentur für Arbeit vorliegt. Auch wieder für die Malteser hier. Diesmal aber im anderen Ort. In Soest ist das der Fall. Hier unten steht es. Aber wird ebenfalls auch Reinigungskraft gesucht. Also wenn ihr da noch ein bisschen was arbeiten möchtet, könnt ihr das gerne machen. Interessant, dass die Zeit online auch kritisch schon über so eine Situation berichtet hat. Denn mehr Respekt bitte. Hier bezogen auf Flüchtlinge. Die meisten Bewohner halten sich nicht an die Anleitungen und Regeln. Der Zustand der Toiletten und Bäder ist auch ein Grund zur Sorge. Will man eine der Toiletten benutzen, muss man sie erst einmal mit einem Berg von Klopapier reinigen. So verdreckt sind die meisten Campbewohner benutzen sie nicht richtig. Etc. pp heißt es hier. Ich bin gespannt, ob die schönen Neubauten auch in den nächsten Monaten und Jahren noch so aussehen werden, wie sie jetzt kurz nach der Ferchschutzstellung aussehen. Haltet euch im Laufenden, deswegen jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten und ciao.